Die Academia della Cusca wurde 1583 in Florenz gegründet. Sie gilt als die älteste Sprachgesellschaft. Aufgabe der Gesellschaft ist bis heute das Studium und Bewahren der italienischen Sprache. 1612 gab die Gesellschaft das Vocabulario degli Academici della Cusca heraus, das erste Wörterbuch der italienischen Sprache, das bis 1923 mehrfach in erweiterten Neuauflagen veröffentlicht wurde. Der Plan einer Neubearbeitung als historisches Wörterbuch, den die Akademie zwischen 1955 und 1985 entwickelte, wird jetzt durch ein mit der Akademie verbundenes Institut des CNR als Opera del Vocabulario Italiano verwirklicht. Zu Anfang bestand die Gesellschaft nur aus einer Gruppe von Gelehrten, die sich scherzhaft als Cusconi, Kleiflocken, bezeichneten. Ihr Ziel war es, nach dem Motto, die Spreu vom Weizen trennen, die italienische Sprache zu wahren und zu fördern. Als Symbol der Gesellschaft wurde eine Mehlmühle gewählt, wobei die Reinheit des Mehles eine Metapher für die Reinheit der Sprache war. Jedes Mitglied der Gesellschaft hatte einen Beinamen und ein Motto, das etwas mit Kleie zu tun hat und musste der Akademia sein Wappen in Form eines Scheffels schenken. Erstes deutsches Mitglied war der italophile Fürst Ludwig von Anhalt Köthen, der 1617 bei Gründung der fruchtbringenden Gesellschaft viele Bräuche der Kursker übernahm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.